Ja wir sind hier bei der GameCity. GameCity in Wien, Rathausplatz. Ganz groß hier hinten kann man ein bisschen was Wien extra. Da gibt es hinten E-Scooter zum fahren. Hier kann man Tesla kaufen. Hier ist Mediamarkt. Da kann man Computermaus kaufen. Ein bisschen viel Anime. Die haben schon ein bisschen eingekauft. Ich habe jetzt eine Minecraft-Cafe-Taste. Gabriel hat nichts eingekauft. Schade. Ja Essen hat er eingekauft. Ja wir waren davor ein bisschen McDonalds essen. Es ist schon relativ spät Gabriel. Was haben wir alles gemacht? Was haben wir gemacht als wir herkamen direkt? Ja direkt. Mediamarkt gegangen. Ja jetzt ist das schon eine Schlange. Das ist ein bisschen wild. Ja also es gibt ja auch viele Cosplayer zum Beispiel da hinten. Die Brees aus Call of Duty. Naja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Aber hier das Wetter es gönnt nicht wirklich. Es ist kalt. Kälter ist in England. Da sind wir reingegangen irgendwie. Wir haben 14 Grad. Ja es ist warm. Da drinnen gibt es ja Spiele und so Gabriel. Ja. Minecraft gibt es nicht. Fortnite gibt es nicht. Aber wir haben Fallgeist gespielt. Ja. Ich wurde fast erst. Ich wurde dritter. Gabriel wurde auch. Er hat es ins Finale geschafft. Obwohl er naja. Eigentlich wurde er nicht. Eigentlich wurde er nicht. Eigentlich wurde ich zweiter. Weil einer so geworden ist. Ja einer kann gewinnen. Ich wurde dritter. Er wurde zweiter. Na ja. War eine kritische Geschichte. Aber wir haben es geschafft. Ja war chillig. Hier kann man essen und so. Ja urschön. Hier gibt es WC. Brauchen wir nicht. Wir haben quasi einfach durchgehalten. Wir brauchen kein WC. Ja. Ganz schön hier. Wetter. Na ja. Was haben wir noch gemacht aus der Fallweist. Ja. Was haben wir danach gemacht. Ja Mario. Wir haben noch. Mario Kart. In der Kinder Arena. Ja. Kinder Arena. Kinder. Ähm. Kinder Areal sagen wir so. Ja. Das war ein bisschen Super Mario. Ich hab komplett verkackt. Ich wusste nicht mal wo die Steuerung ist. Was Steuerung ist. Wer ich bin. Das war ja so auf vier geteilter Monitor. Ja. Gönn's nicht. Ja. Was haben wir noch gemacht. Wo waren wir. Bei wem waren wir. Ja wir waren. Äh. Ja in der 16 Plus Bereich. Ja. 16. 18. Durf mich. Ja. Ja Gabriel. Der hat seinen Pass vergessen. Ja. Nein. Ich hab nicht meinen Pass vergessen. Aber wir wurden ein Verrasten kurz gegeben. Obwohl ich nicht 18 war. Ja. Ja. Die Sachen passieren halt bei Gabriel. Aber wir waren bei 16 Plus und da haben wir eine Streamerin gesehen. Ja da war Streamerin ja. Ja. Wir hat so live auf Twitch gespielt mit Musik. Also werden wir eh wieder hingehen. Ja. Ja. Die haben so. Also ich hab ja bisschen Geld auf mein Google Play Konto. Ja. No Flex. Ich hab einfach gefunden. Geldkarte. Hab ich aufgeladen ja. Und jetzt hab ich halt bisschen aufgeladen gehabt. Komm ich bisschen Bits kaufen. Ja wir haben Fotos aufgemacht. Ja aber erst. Was haben wir davor gemacht. Ja aber erst. Was haben wir davor gemacht. Ah ja. Zuerst halt noch 100 Eben. Musste ich erst mal Bits kaufen. Ja bis jetzt. Ja du merkst jetzt was. 50 Stück. Dann 100. Dann den Rest. Ah 100. Äh. Nein. 50. Also 45. Ja ja. 45. Dann 50. Dann 100. Ah ja. 150. Ja. Ich hab einfach alles rausgehauen. Alles. Nein. Ich fang damit nicht an der Google Play. Ich kaufe mir ja keine. Keine. Naja. Ich kaufe mir keine Skins oder so. Das stimmt. Ah Wahnsinn. Das ist ja wirklich. Und dann haben wir es sogar geschafft ein Foto zu machen. Ja wir haben. Wir sind. Weil wir waren im Stream drin ja. 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 Wir haben ein bisschen reden können. So ein bisschen on stage. Ich hab Eigenwerbung gemacht. Ja. Jetzt kommt der Clip. Ja ja. 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 Wie so. Wie er beginnt mit seiner Eigenwerbung. Ja und jetzt kommt der Clip. Gabriel. Ja. Ja. Also sagen wir es so. Ich bin selber. Ich spiele kein Streamer aber. Ja. und dann kommt der Clip. Ah Gaming. Auf Twitch. Auf Twitch. Ja. Auf Twitch. Auf YouTube oder? Ja. Ah YouTuber. Nice. Schön dass du da bist. Auf jeden Fall. Ja ich hab gar keine Karten. Hab ich keine Karten? Ich hab keine Karten mehr. Ja. Oh Mann. Ja also halt. Also zwei noch. Zwei haben wir noch. Ja komm der kriegt mir noch eine. Ja. Ja. Wir sind halt immer der letzte und nächste Tag. Jetzt ist alles aus. Ja. Für Leute die Cosplay muss man sagen. Ja Spodermann, Call of Duty, Enderman. Alles gibt es hier. Ja. Wundervoll. Ja wirklich schön. Leute die wir kennen gibt es hier aber nicht. Ja das ist schade. Naja! Und raus mit Haschkals. Ja, deswegen gehen wir jetzt rein, Gabriel, ja? Ja, ja. Vamos! Jetzt sind wir hier im A1-Bereich, ja? Ja. Wahnsinn, ist das so lange? Ja. Ja, ja. Oh, ich geh nach vorne. Hier gibt's überall so Stationen, ja, hier bisschen Red Bull. Dahinten bisschen Kellys, ja, not sponsored. McDonalds, so wie in England, ja. Ja, das ist schön. Da waren wir ja viermal, ganz schön. Da kann man raus, ja. Da kann man nicht, ja, man kann rausgehen. Da waren wir noch nicht sogar. Okay, quetschen wir uns raus, Gabriel. Quetschen wir uns raus? Quetschen wir uns raus? Also, so viel quetschen ist ja gar nicht. Ah, Wahnsinn, jetzt. Oi! Vorsicht! Ja, hier waren wir noch gar nicht. Bruder, was kann man hier machen? Okay, hier sind Brettspiele, ja, ja. Just Dance, aha. Bruder, was geht hier ab? Oi! Auto! Aha, aha, okay, okay. Okay. Wir sehen Nintendo Switch, okay. Ja. Achtung, meine Güte. Was? Fußball? Ah, Wahnsinn. Hard Just Dance. Ja, schon. Bruder, was geht bei dem Bre-Up da hinten? Was? Na ja, egal. Schon gut, ja? Ja. Ah, Wahnsinn. Ja. Gabriel, Copy. Hier gibt es auch S. Jetzt kommt Copyright Streich. Ja, jetzt sind wir hier im, ich glaube das Main-Ding so. Ja. Ja, sehr groß. Da hinten Tech-Support-Simulator von Wiener Ninien. Ja, dann haben wir auch gespielt. Jetzt kommt der Clip von Gabriel und dann von mir. Ja, ja. Ja, wir haben auch etwas mehr. Ja, ich glaube das ist das Matchboy. Vielen Dank. Ja, ich glaube das war unsere Asiken. Ja, jetzt komme ich zurück. Oh, da. Untertitelung. BR 2018 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...